Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Stop Trade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien Meta Trader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren und Tages-News. Britisch Fonds US-Dollar. Sieht ganz gut aus. Das reicht nicht. Okay, Britisch Fonds Yen. Das reicht jetzt nicht. 2 US-Dollar. Hier steige ich ein. Und gegebenenfalls nochmal, falls er im Verlust endet. Ich vergebe jetzt nochmal insgesamt 9 Plätze für mein Privat-Einzel-Coaching 10k pro Monat. Weil Interesse hat, kann sich noch per Mail bewerben. Nähere Informationen findet ihr auf meiner Webseite. Die Weihnachtsaktion gilt bis 31.12. Das sind dann auch die allerletzten Plätze. Es wird keine weiteren Plätze geben mehr. Darf ich aufhören? Perfekt. So gut wie gewonnen. Okay, gut. Ich suche noch einen Trade. Ich suche noch einmal den Moment. Hey... Ich Revelation. Und dr tremere mich. Noch mal der Name Sります. Und das ist das eine Gegend. Jetzt geht es hier. Und auf dem Rest wird er amt. Jetzt ist etwas zu diener OutUS-Dollar. Sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. Ich suche mal weiter, ob ich noch ein anderes Währungspaar finde. Euro Out. US-Dollar. Euro-Brit ist vorhin. Und jetzt steige ich ein. Euro-Brit ist vorhin. 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 Es wird eine knappe Angelegenheit. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.